hallo zusammen heute schauen wir uns einen drucker an der nicht nur kompakt und erschwinglich ist sondern auch extrem praktisch den mundbinden itp04 egal ob ihr unterwegs seid im büro oder etwas für euer kleines business drucken möchtet dieser kleine leiter macht es euch möglich also bleibt dran wir packen ihn aus testen ihn schauen uns die futures an das ist der mundbinden itp04 ziemlich kompakt oder mit gerade mal 26,9 x 5,4 x 8,2 zentimetern passt er in jede tasche trotzdem kann er formate von 57 mm bis 216 x 279 mm drucken das ist also so groß wie ein a4 blatt und das beste er wiegt weniger als ein kilogramm perfekt für unterwegs das design ist schlicht und elegant ideal für jeden schreibtisch oder rucksack jetzt aber zu den features erschwinglich für unter 100 euro ein echtes schnäppchen flexibel unterstützt rollen und fallpapier perfekt für drinnen und draus leistungsstark der eingebaute 2600 mah akku hält den ganzen tag durch kein stromanschluss nötig multifunktional kompatibel mit word excel ppt txt und sogar jpg dateien praktisch funktioniert per kabel auf windows oder kabellos über bluetooth mit handy und tablet und keine sorge das handling ist super einfach ich zeig's euch jetzt gleich wo kann man denn nun bin eigentlich nutzen hier ein paar beispiel urlaub druckt euch euren reiseplan direkt aus praktisch für unterwegs business ideal für geschäftsleute die unterwegs meeting material brauchen kleines business für shopbesitzer die produktlisten oder etiketten schnell drucken schauen wir uns jetzt an wie der moon bin funktioniert zuerst die verbindung per kabel einfach den drucker mit eurem laptop oder pc verbinden der drucker startet sofort hier seht ihr ein beispiel auf mein notebook und wenn ihr mobil sein möchtet der moon bin unterstützt bluetooth so könnt ihr direkt vom handy oder tablet druck einfach die app öffnen datei auswählen und drucken wenn ihr rollenpapier benutzt zieht das papier gerade nach oben und reißt es entlang des cutters ab das ergebnis perfekt und sauber kommen wir zu meinem fazit der moon bin itp 04 ist ein unglaublich vielseitiger drucker der besonders durch seine portabilität erschwinglichkeit und einfache bedienung überzeugt egal ob für reisen arbeit oder kleinen unternehmen der drucker ist eine klare empfehlung und für euch gibt es ein besonderes angebot klickt auf den link in der beschreibung und nutzt den coupon code für einen rabatt wenn euch das video gefallen hat gebt mir einen daumen hoch und abonniert für mehr teach reviews bis zum nächsten mal